Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Hallo! Ja, natürlich wieder nur Fakiu 71. Munition. Ah, hier ist Schroplinte. Perfekt. Tarnfeld aktiviert. Der scheiß Wixar ist noch da. Maximale Panzerung. Nicht mehr lange. Wow, wow, wow. Er hat mich gesehen. Er weiss, wo ich bin. Das ist nicht gut. So. Der sollte bedient sein. Ja. Ich denke, nach diesem Schrei wird er schon tot sein. Download gestartet. Wow. Psycho, ich habe die Position eines Munitionslagers im Hafen. Er sorgt dir ein bisschen C4 für die Artillerie. C4. Okay. Und wo zum Teufel ist C4? Ich habe noch hier. Oder brauche ich noch mehr? Mö. Oh, ein Raketenwerfer. Perfekt. Aber ich will ihn jetzt nicht nehmen, Mann. Ah, Schroplintenmunition. Das ist schön. Dann haben wir jetzt wieder volle Schroplintenmunition. Das sieht nicht nach C4 aus, ne? Also, das sieht weniger nach C4 aus. Wenn es C4 wäre, dann ist es gut getarnt. Wo haben die hier C4 versteckt? Mein lieber Scholli, mein lieber Scholli. Wahrscheinlich hört die jetzt wieder so ein kleines Rauschen im Hintergrund, weil hier... Energiekritisch. ...keine Musik ist. Das ist, weil mein PC ein bisschen laut ist. Und weil ich mein Fenster natürlich offen habe und ich neben dem Fenster sitze und draußen, ähm, ein bisschen weiter entfernt, eine Baustelle ist. Cool, ne? War sehr klug von mir das Fenster aufzumachen. Das musste ich machen. Sonst würde ich hier in der Wohnung krepieren. Und das wollt ihr doch auch nicht, oder? Ihr wollt mich doch nicht verlieren. Oh. Oh. Hier ist auch kein C4. Haben die das überhaupt? Wissen die, was das ist, diese dummen Koreaner? Ei, ei, ei. Jetzt ist sicher noch hier drin. Ne, natürlich nicht. Ja, der schläft mit seiner Waffe. Toll. Toll, du musst verliebt sein, ne? Du schwebst im siebten Himmel. Hallo, C4. Jetzt liegt's doch nie auf dem Boden. Hat die Klappe. Ups. Hat gesagt, hat die Klappe. Kann ich das Huhn nehmen? Wui. Lebt's noch? Maximales Tempo. Ne. Das war ein bisschen böse. Hühner töten ist nicht lustig. Ich war ja mal eine Woche im Wald. Ihr habt's sicher gemerkt. Also das ist, äh, in den drei Wochen, wo nix hochkam, hab ich ja ein Infovideo gemacht. Und da mussten wir, haben wir vier lebendige Hühner geholt. Und da mussten wir die schlachten, damit wir was zu essen haben. Und ja, das war nicht so ein toller Anblick, muss ich ehrlich sagen. Es war, es war wirklich lecker, das Fleisch, aber man hat's irgendwie auch mit nem schlechten Gewissen gegessen. Weil man weiß, ja, das Ding hat zwei Stunden vorher noch gelebt. Noch nicht gewusst, dass es jetzt dann gleich, äh, geköpft wird. Und dann auf einmal wird ihm der Kopf abgehackt. Das ist dann natürlich nicht so dolle, ne. Und ich hab kein C4 gefunden. Oh. Ist es noch ein weiter Weg? Ne, oh, es hat noch zwei Flugabwehren. Oh. Gut, sie schießt, sie hat mich gesehen. Dann kann ich ja... Auf sie mit Gebrüll. Kann ich mich hier ein bisschen platzieren. F2, F3, F4. Und schon, ich will aufs Geschütz gehen. Nee, Geschütz. Jawoll. Was willst du, Mann? Ah. Problemas. Der ist weg. Ah, Scheisse. Renn, Bitch. Hier kannst du ein bisschen schneller rennen. Jetzt werden sie nicht halt die Augen für dich offen. Ja, bei uns jetzt zu Ende. Alter, siehst du, wie viele da sind? Ah, Gott. Also manchmal, Psycho. Ah, hier geht es sich mal rein. Oh. Bitteschön. Bitteschön. Oh. Doch. Ich kann gewinnen, mein Freund. Ihr habt mich nicht gesehen. Energiekritisch. 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 Äh, ne, ne, ne. Äh, ne, 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 ne. Äh, ne, 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 ne. Ist doch nie egal, ob ich's... Ups. Energiekritisch ist. Hier sind verdammte Truppen. Alle gegen einen. Und du kommst mir mit Energiekritisch. What the fuck? Oh, 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 oh. Okay, ich geh wieder hinterm Baum. Wow, der kommt von hier, man. I'm ready, dude. Ja, Mann. Come on. So wird das gemacht, Mann. Ey. So versteckst du dich da. Scheißangsthasen, ey. Zuerst tötet ihn, ey. Ich tötet dich. Ja, 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 ja. Mi, 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 mi. Und dann einfach abhauen. Oh, damn. Wie willst du eine Granate werfen, wenn du nicht weißt, wo ich bin? Hallo. Ihr seid so schlecht. Tarnfeld aktiviert. Maximales Tempo. Okay, jetzt kann ich schrubflinte Munition gebrauchen. So, vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Fuck you 71. Nee, es ist euer Ernst. Von euch hat jeder eine Pumpgun? Ist nicht wirklich euer Ernst, oder? Das könnt ihr doch nicht machen. Ich brauche hier... Gut, ich habe noch 230 Schuss drin, aber... Tarnfeld aktiviert. Wo ist er? Hier! Ha, ha, ha! Bitch. Ah, hier ist noch ein bisschen Munition. Ja, das sieht mir eher nach... Maschinenpistolen. Ja, toll. Ja, da tauscht noch so gegen eine Maschinenpistole aus. Hauptsache mehr Munition. Ja, 350 Munition. Ups. So. Wo sind sie? Hallo? Hallo? Muss man denn alles alleine machen? Maximales Tempo. Maximale Panzerung. So. Tarnfeld aktiviert. Er schießt Kämpfe wie ein Mann. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ich bin eine hinterhältige Fotze, nicht? Ja, ich weiß. Oh, da ist noch ein Arm-MG. Schön. Wow, 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 wow. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Schaut euch jetzt mal den Killian. Maximale Stärke. Ha, 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 ha. Und bei Swiss-Sakuyaku LP. Ich erledige zuerst mal... Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich erledige zuerst mal den am M-G. So, mein Freund. Tarnfeld aktiviert. Bäm. Bäm. Ja, so spart man Munition und es macht mehr Spaß, Gegner zu töten. Achso, nicht, dass es Spaß machen würde. Gegner... Okay, es macht Spaß. Gegner zu töten. Aber nur in-game, nicht real life. Boom. So, F5. Maximales Tempo. Hui. Moment mal. Ne. Doch nicht. Muss nicht der Eingang. Maximale Stärke. Ach komm, ich mach das. Like an American. Maximale Panzerung. Maximales Tempo. Ah, immer F5. Maximale Panzerung. Oh. Maximales Tempo. Du hast mich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Okay. Sie haben mich gesehen. Vorrecken. Tarnfeld aktiviert. Gut, wenigstens laufen sie an mir vorbei. Das ist schon mal... beruhigend. Maximale Panzerung. Scheiße. Energie kritisch. Alter. Mann, Mann, Mann. Tarnfeld aktiviert. Ne, ihr seht mich nicht, bitches. Maximale Panzerung. You can't see me, dude. Ja, mach du das. Tarnfeld aktiviert. Okay, wie viele sind hier? Ich denke mal... Einige. Maximale Stärke. Ja, mach du das. Haha. Tarnfeld aktiviert. Bitch. Maximale Panzerung. Das war ein nice Kill, ne? Maximale Stärke. Hallo. Ach, da ist er. Ach, scheiße. Voll verfehlt. Maximale Panzerung. War ja klar, dass ich das wieder verfehle. Geh mal hier rein. So, F5. Fünf. Okay. Gut, ich denke mal, sie ein bisschen... Oh Gott, ein... Ja, ein Boot mit einem... Bösen MG drauf. Das ist gar nicht gut. Hier, Granate. Oh, der mir. Hier, gleich noch eine. Ah, ein bisschen weiter. Na, sie sind in der Luft explodiert. Come on, Bitch. Sie sehen mich nicht. Sie können nicht so weit schießen, die Schlitz-Augelchen. Ja, kommt nur. Kommt nur. Los. Tut euch keinen Zwang an. Wirklich nicht. Tut dir keinen Zwang an, Bitch. Das ist gar nicht so weit schießen, die Schlitz-Augelchen.